Willkommen bei BildnerTV. Wer PowerPoint in seinem Standardformat 16 zu 9 verwendet, der hat alles ganz einfach. Allerdings was ist, wenn ihr eine Präsentation im DIN A4 Format Hochformat benötigt oder wenn ihr eine alte Präsentation im 4 zu 3 Bildschirmformat auf einen 16 zu 9 Bildschirmformat konvertieren möchtet? Das alles zeige ich euch jetzt im Video. Hallo, hier ist wieder euer Andi und heute dreht sich bei mir alles um das Thema PowerPoint. Und zwar genau gesagt um die Größe der Folie. Wie verändere ich sie vom Bildschirmformat 16 zu 9 zurück zu 4 zu 3 oder wie stelle ich auf ein Papierformat wie DIN A4 im Querformat um? Ja, was ihr euch dazu alles beachten müsst und welche Möglichkeiten ihr da habt, das zeige ich euch jetzt. Ja, standardgemäß verwendet PowerPoint als Vorlage für neue Folien immer die Größe Bildschirmformat. Und zwar wenn ihr das neue PowerPoint benutzt, wenn ihr 2016 oder 2019er Versionen benutzt, dann habt ihr da auch die Version eingestellt, dass ihr 16 zu 9 Bildschirmformat verwendet. Das sind die Bildschirme, die auch heutzutage normalerweise dieses Format verwenden. Früher hat man das Format 4 zu 3 gehabt und das verwenden auch noch ältere PowerPoint-Versionen. Das heißt, es kann sein, dass wenn ihr schon vor 6, 7, 8, 9 Jahren PowerPoint erstellt habt, dann werdet ihr noch Dateien in diesem alten Format haben. Und das müsst ihr natürlich auch umstellen, wenn ihr die auf einem neuen Gerät anzeigen wollt. Oder ihr wollt eben für den Ausdruck eure Folien komplett auf eine DIN A4-Seite anpassen. Das Format 16 zu 9 passt zwar so leidlich nicht auf eine DIN A4-Seite, stimmt aber halt doch nicht exakt überein. Deswegen, wenn ihr rein für den Ausdruck arbeitet, dann ist es von Anfang an besser, wenn ihr gleich das richtige Format einstellt. Ja, wo macht ihr das Ganze? Wir gehen mal rein, wir schauen es uns im PowerPoint mal an. Ich habe hier eine neue leere Präsentation offen. Und wenn ihr die Größe eurer Folie einstellen wollt, geht ihr oben auf das Register Entwurf. Und dort findet ihr auf der rechten Seite den Punkt Foliengröße. Hier könnt ihr einfach nur umschalten auf 4 zu 3 oder wieder auf 16 zu 9. Ich schalte es hier einfach um. Ihr seht, jetzt habe ich das 4 zu 3 Format. Oder jetzt wieder Breitbild 16 zu 9. Wenn ihr mehr Möglichkeiten braucht, klickt auf Foliengröße und geht unten auf Benutzerdefinierte Foliengröße. Dann habt ihr hier das Papierformat. Und Vorsicht, das ist jetzt das, was manche verwirrt. Hier auf der rechten Seite steht die Ausrichtung von Folien, Notizen und Handzetteln. Das, was ihr hier einstellt, betrifft eigentlich nur eure Folie. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf A4 Papier umstelle, dann habe ich jetzt für meine Folie eben A4 Papier gewählt. Oder wenn ich eben wieder auf Bildschirmpräsentation, ich habe hier zum Beispiel auch 16 zu 10. Auch das haben manche Monitore dieses Verhältnis. Wenn ich da umstelle, dann betrifft es allerdings nicht meine Notizen und Handzettel, denn die sind weiterhin im normalen DIN A4 Format. Ihr könnt die Größe von Notizen, Handzettel und Gliederung, die ihr ausdrucken könnt, hier nicht ändern. Die bleiben, wenn ihr in der Bildschirmpräsentation seid, werden die natürlich im vorhandenen Druckformat und das ist im Regelfall A4, sind die entsprechend eingestellt. Was ihr hier noch ändern könnt, ist, ob eure Präsentation im Hoch- oder im Querformat dargestellt wird. Wenn ihr das Ganze ausdruckt, dann mag es auch häufig sein, dass ihr eben DIN A4 nehmt und dann auch die ganze Präsentation im Hochformat erstellt. Und OK. Jetzt fragt ihr mich hier, ob ich meine Folien, die ich bereits erstellt habe, entsprechend skalieren möchte. Diese Abfrage taucht in den neueren Versionen auf und ihr habt die Wahl zwischen maximierend oder passend skalieren. Bei maximieren versucht er, bereits vorhandene Bilder auf die maximal möglichste Größe zu ziehen und bei passend skalieren versucht er es entsprechend im Seitenverhältnis richtig anzupassen. Allerdings kann ich euch gleich sagen, ihr werdet bei beiden Versionen nacharbeiten müssen, denn es kann vorkommen, dass vorhandene Grafiken oder Bilder bei beiden Versionen verzehrt werden. Die beste Erfahrung, muss ich sagen, habe ich jetzt meistens mit dem Punkt Maximieren gemacht. Daher würde ich euch empfehlen, den zu nehmen. Da ich jetzt noch überhaupt keine Grafik und noch gar keine Inhalte habe, ist es hier vollkommen egal. Ja, ich nehme Maximieren, klicke das Ganze an und ihr seht, ich habe jetzt meine Folie im DIN A4 Format. Jetzt kann es natürlich sein, ihr arbeitet eigentlich immer im DIN A4 Format, ihr arbeitet immer für den Ausdruck und wenn ich jetzt mal das Ganze schließe und einfach eine neue PowerPoint-Datei aufmache, leere Präsentation, dann seht ihr, ich habe wieder mein Bildschirmformat 16 zu 9 im Querformat. Das heißt, ihr müsst jetzt jedes Mal hergehen, Entwurf, Foliengröße, Benutzer definiert, alles einstellen, was ihr braucht. Also A4, Hochformat, OK, Maximieren. Ja, das müsst ihr bei jeder neuen Folie machen. Das Ganze muss nicht sein, ihr könnt euch das Ganze ein bisschen vereinfachen, wenn ihr das wirklich häufig braucht, dann könnt ihr euch solche Einstellungen auch abspeichern. Was es leider nicht gibt, ist, wie ihr vielleicht aus anderen Videos zu Word oder Excel schon von uns kennt, da gibt es häufig die Einstellungen, etwas als Standard zu übernehmen. Diese Möglichkeit habt ihr jetzt hier leider nicht, ihr könnt den Standard hier nicht abändern, aber wir können unsere Vorlage entsprechend abändern. Das heißt, ihr geht einfach in PowerPoint, ihr könnt euch natürlich die Datei einfach abspeichern und die immer wieder öffnen, oder ihr speichert sie euch unter Speichern unter, geht hier einfach auf Durchsuchen und ihr speichert sie euch als Dateityp PowerPoint-Vorlage ab. Dann wechselt ihr auch gleich in euren Vorlagenordner und ihr gebt dem Ganzen jetzt einen Namen und ja, ich habe jetzt hier eine DIN A4-Seite, das heißt, ich nenne das Ganze mal DIN A4-Hochformat und speichert das Ganze als PowerPoint-Vorlage ab und speichern. So, der Vorteil ist, wenn ihr eine neue PowerPoint-Datei öffnet, ihr startet PowerPoint, dann geht ihr nicht hier auf leere Präsentation, sondern hier oben auf Persönlich und da findet ihr jetzt eure Vorlagen. Auch das können wir uns noch ein bisschen vereinfachen, dass das immer hier unter Empfohlen bereits auftaucht. Und zwar, ihr nehmt einfach hier diese Vorlage und ihr seht, bei dem Dateinamen habt ihr hier so ein PIN. Dieser PIN bedeutet, er wird an die Liste der empfohlenen Vorlagen angeheftet. Ich klicke das mal Anliste anheften. Dann ist der PIN drinnen. Und wenn ich jetzt auf Empfohlen gehe, dann seht ihr, taucht hier als zweites gleich meine DIN A4-Vorlage auf. Bedeutet, wenn ich das Ganze jetzt nochmal schließe, ihr braucht jetzt wieder eine DIN A4-Präsentation, ihr startet euer PowerPoint und braucht jetzt nur noch hier sofort auf DIN A4-Hochformat zu klicken, erstellen und schon habt ihr eure Präsentation. Es erspart euch doch einiges an Klickarbeit, dass ihr nicht erstmal eine leere Präsentation erstellen müsst, die dann im Breitbildformat 16 zu 9 ist und dann müsst ihr über Entwurf gehen und dann die Foliengröße und das alles einstellen. Also erstellt euch eine Vorlage dazu, pinnt diese Vorlage an, dass sie unter euren empfohlenen Präsentationen auftaucht und dann spart ihr euch damit viel Zeit. Wie gesagt, als Standard einstellen funktioniert leider nicht. Eine weitere Frage, die dazu natürlich bald kommen dürfte, wäre, ja, ich habe eine alte Präsentation von früher und die ist noch im Verhältnis 4 zu 3 und die möchte ich jetzt auf neuen Bildschirmen, auf neuen Projektoren zeigen, das heißt, ich muss das Ganze in 16 zu 9 konvertieren. Wie mache ich das am besten? Ja, die traurige Antwort vorweg, ihr werdet immer nacharbeiten müssen. Einfach nur 2, 3 Mausklicks und das Ganze ist optimal übernommen, wird leider nicht funktionieren. Es gibt einige Präsentationen, die die hauptsächlich aus nur Text oder kleineren Bildern bestehen. Da kann es sein, dass es sehr gut funktioniert, aber ihr werdet immer nacharbeiten müssen. Ich habe ja mal eine ältere Präsentation, die noch im 4 zu 3 Format ist. Ich öffne sie mal. Das war zu Microsoft Project eine Präsentation und ja, ihr seht, ich habe hier in der Präsentation auch mehrere Bilder drinnen, die Screenshots aus dem Microsoft Project Programm zeigen. und achtet mal bitte, ich habe hier in der Präsentation habe ich hier diesen grauen Streifen zwischen Überschrift und Inhalt. Der spielt gleich noch eine Rolle und man sieht schon am Aussehen, dass das Ganze noch in 4 zu 3 Format erstellt ist. Ja, um das Ganze jetzt einfach umzuwandeln, geht ihr auf Entwurf, geht auf die Foliengröße und stellt hier von 4 zu 3 einfach auf 16 zu 9 um. Es kam jetzt nicht mal diese Abfrage, ob ich Sachen maximieren möchte oder die entsprechend anpassen. Er hat das einfach übernommen. Mit Text wird das auch größtenteils passen. Ihr seht, wenn ich mir das anschaue, ich habe einfach links und rechts etwas mehr Platz. Das könnte ich schon so übernehmen. Das passt so schon noch. Allerdings, wenn ich mir jetzt hier die Bilder ansehe, dann wurden die Bilder auch einfach nur 1 zu 1 in ihrer Größe übernommen. Und ihr seht den Hintergrundbalken, der ja hier nicht stört, dass er jetzt breiter ist, der ragt jetzt hier links und rechts über meine Bilder hinaus. Das heißt, da bleibt es mir jetzt nicht erspart, wieder einzugreifen und das Ganze manuell abzuändern. Das heißt, hier in dem Fall muss ich entweder meine Bilder größer ziehen, dass ich sage, ich möchte jetzt quer über den ganzen Bildschirm, was jetzt hier sich zum Beispiel anbieten würde, die könnte ich jetzt hier natürlich deutlich größer über den ganzen Bildschirm ziehen. Ihr seht, ganz 16 zu 9 ist das Format nicht, aber es ist zumindest ein Breitbildformat, genauso wie auch bei denen wohl hier. Ihr seht, das passt schon eher, die sind ein bisschen unterschiedlich geschnitten, aber ihr seht, ich muss da manuell eingreifen, damit ich da noch nacharbeite. Genauso wie hier zum Beispiel und hier werde ich es mit größer ziehen nicht hinbekommen, hier muss ich wohl in den Folienmaster gehen und den Hintergrund, die Linie, die ich da eingefügt habe, entsprechend abändern, sie vielleicht ganz rausnehmen. Also ihr seht, da bleibt mir ein Nacharbeiten nicht erspart. Also, wenn ihr eine alte Präsentation habt, nehmt sie, schaltet einfach um auf Breitbildformat und genauso, wenn ihr natürlich wieder zurückschalten wolltet, wenn ihr eine 16 zu 9 Präsentation habt und ihr müsst das Ganze jetzt auf einem veralteten Projektor ablaufen lassen, dass ihr wieder zurückschaltet auf 4 zu 3, stellt euch darauf ein, ihr werdet etwas Anpassungsarbeit benötigen. Ja, wenn ihr mehr zum Thema Foliengröße wissen wollt und alle Tipps und Tricks nochmal gesammelt braucht, dann schaut doch in unser Buch PowerPoint 2019. Den Link dazu findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Ja, lasst uns doch auch ein Abo da, dann verpasst ihr keins unserer Videos. Über ein Like des Videos freue ich mich und wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, schreibt es uns doch einfach unten in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Bis bald bei BildnerTV. Bis bald bei Bildner Warside Untertitelung des ZDF, 2020